Die erste Noelle, die Angel gesagt hat, war zu zertifizierend. Hey Basti, wir haben Weihnachten. Und jetzt? Die Leute wollen wieder ein Weihnachts-Special haben. Schon wieder? Ja, natürlich. Es ist Weihnachten. Die Leute wollen ein Video von Crane sehen. Ja, aber kann das nicht auch ein normales Video sein? Nein, auf keinen Fall. Alles klar, dann versuche ich mal wieder meine Würde liegen zu lassen. Ich will Planet Coaster spielen. Planet Coaster! Hallo! Ich will spielen! Planet Coaster! Stopp! Ah, funktioniert. Warum debfst du mit Eismagier und Valkyre? Wer debfst du mit Eismagier und Valkyre und Kanone? Boah, dieses dreckige... Nein! Und jetzt hat er noch die Elite-Wappan. Junge, Mann, du bist so dumm so. Fuck my life. Dieses Dreckspielen, ohne Witz, nur Geld können die einem abbreiern, mehr nicht. Oh, ich hab gewonnen. Junge, was ist das denn hier? Ach, Mann, ey! Mann! Mann! Basti, du weißt schon, dass das USB-Typ C ist. Die kann man von beiden Seiten reinstecken. Guck dir die Scheiße hier an, was ist das denn? Oh Gott, Mann, ey! Oh, geht ja. Ey, Basti! Alter, Flo, meine Koffer sind kaputt, Mann! Du hast den Kabel rausgerissen, du Depp! Achso, war ja klar. Alter, fuck, 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 noch zwei Prozent, mein Akkus leer, mein Akkus leer, ich bin mitten im Kampf. Was mach ich jetzt? Ah. Safe. Stopp!